halli hallo hallöchen ja ich habe meinen neuen charakter den ich spielen soll zum gewinnen und es ist ember spirit loan druid ist ja jetzt vorbei und ich werde wohl er schicke spielen da ich den schon mal gespielt habe und da ich noch zwei tatsächlich zwei siege brauche um aus dieser misere da rauszukommen naja aber so wie es aussieht sind wir schon relativ arm dran was jetzt unsere gegenspieler angeht von daher ich bin support nein oder doch okay wir haben eine menge support ich komme ich in einem low priority game zu so vielen mitspielern mit wir sind eigentlich zu sehr support in diesem team als dass wir da jetzt wirklich irgendwie keine ahnung das ist wirklich ähm hm 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 ja sehr gut low priority kann auch manchmal witzig sein ich hätte keinen live-seater gehabt das wäre machbar oh sie sind hinter lancer her Ist daran schon mal wohnen komisch das ihm bei keiner helfen wollte jetzigen wohnen die smarte haben er nicht dabei von daher kann ich sagen es ist tying wahnsinn besser deine hoffentlich bin ich nicht hier mit den entsprechenden pfeifen sondern einfach nur dass ich als letzter praktisch reingenommen werde wenn noch einer 24er bringen ich jetzt hier wieder in russland oder was ich dachte das hätte ich ausgemacht sieht das auch immer so momentan wahrscheinlich so unruhig aus tremble und und da Tadah, allesamt gestunnt. 125 für... So, explodiert jetzt nochmal das Schild. Schuhe habe ich schon mal. Ja. Ja, ein bisschen was habe ich ihm schon zugesetzt, aber noch nicht genug, als dass es jetzt hier... ...wirklich irgendwas geben könnte. Also das war ein Bonus. Bonus-Schaden nehmen wir nochmal an. 100% Bonus-Schaden, also doppelter Schaden. Interessant. Ja. Hm. Hm. Naja, war ein bisschen zu spät. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir einen Kurier haben. Ich weiß ja nicht, ob wir einen Kurier haben. Ja, schade. Jetzt wollte ich da den Last-Hater rausholen. Ähm. Boah, das ist ne gute Idee, ne? Können wir mal... Ja. Ähm. 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 Was macht da das Zepter nochmal? Hm. Ah ja. Genau. Das Zepter ist eigentlich relativ cool, was die Fähigkeit angeht. So. Das muss ich eigentlich mal... So. Das wird langsam dann interessant, weil... Ich krieg ein kleines Erdbeben um mich drum. Okay, den Angriff nur noch abgebrochen. Ja. Achso. Hat ne Abkundzeit. Hm. Schade. Ich dachte, man könnte ihn hier... Hm. Ah ja. Hm. 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 Okay. Ähm. Wunderbar. So war das gar nicht so gedacht, aber... Ist okay. Ist okay. Hm. Das stimmt. Ich würde irgendwo direkt aus perspective. Ähm. Wie kann das so sagen? mitmisschen ansagen und mit auf einmal und mitmisschen und mitmisschen und mitmisschen noch mal ein bisschen mehr Mana Regeneration naja ist noch ein bisschen interessanter aber dann da jetzt nochmal schön reinhauen könnte ooooooh wo ist er aaaaaaaaaaaa ooooh 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 ooooh, jetzt ist alles was ihn angreift äh macht eh ooooh 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 im richtigen Moment weggegangen Glück gehabt, dass die Range von dem tatsächlich äh gering genug war Frostheldenstatue. Interessant. Sieht so strange aus. Die kann man gar nicht richtig angucken. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Green Destroyer. Sooo. Für alle Fälle bin ich bereit. Spike ist abgehauen. Ich seh, der ist noch da. Ah, komm schon. Wirklich, muss das sein. Gelb. Ja, ja. Hm. Okay. Weiß ich bin Arsch. Der hat sich ruhig mal gemacht. War es er zwar noch, aber... Oh ja. Was ist das denn hier? Was spiele ich denn mit einem Deutschen auf einem russischen Server zusammen? Achso. Ja, hilfreich. Was war das eigentlich? Echo-Slam. Scheiße. Was dann? Was dann? Ist doch alles gut. Very good. Quake and crack. Shake down. Ist doch alles gut. Move it. Ich glaube, der ist jetzt echt doof, wenn ich sterbe. Okay. Ah. Okay. Ah. Aha. Oh ja. Sinnvoll. Lebensring dabei. Zum Fliehen. Das ist bestimmt ganz nett. Cool, das ist gut. Was war das denn? Komische Ansage. Ähm, mein Wort ist weg. Mehr, mehr Tod. Das. Let the earth quake, enchant. Kam schon alle da an. Dominating. Double kill. Forward. Mist. Covering ground. Wäre wahrscheinlich auch ohne gegangen, tatsächlich. Das Beste war ja mein Echo-Slam. Das Problem ist einfach, dass ich einfach gar nichts davon haben bekommen habe. Außer eben die Assists dazu. Naja. Was war das? Witcher's Staff of the Wizard. Was ist das? Staff of the Wizard, okay, ja doch. Naja. Naja, da hört die Betäubung dann schon wieder auf. Alles klar. Gerne doch. Einfach mal. Und jetzt, weil ich's hab, ich mein, ich kann's auch wieder verkaufen und ich kann's benutzen. Ähm. Weiß nicht. Ist ja, ähm. Ist mir eigentlich Jacke wie Hose, wie man so schön sagt. Level 9, weil er eben so viel Kills hat. Oh. Uh-huh. Hm. 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 Fischer! Guck mal, ganz an der äußersten Spitze war er dran. Ah, ich glaub es war richtig drauf zu setzen, dass wir gewinnen. Wir haben noch alle Tower, die haben schon welche verloren. Ah, okay. Mal an der Seite klarstellen, dass ich gehe. Ich hab nicht so viel Mana. Ah. Sehr gut. Noch mal, noch mal. Dass er recht hatte mit dem Warten. Ich seh da schon wieder was. Zwerg und Lifestealer. Beide da. Hm. Hm. Tja, wofür zu Mana Regeneration? Ich bin doch gerade unsichtbar, wenn sie nicht gerade am Kämpfen sind. Das ist ein kleines Problem für uns. Tja. Dias Structures are fortified. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. So. Phantom Lancer. Das muss man ja mal ansagen Sonst Okay, da ist dieser und Mirana Komm da, um die Ecke gerannt Okay, dann gehe ich mal hoch, um Top zu verstärken Wana können die auch Wana können die sicherlich brauchen Zum Switch Ja, ja Voll auf die Swerve So, dann Red das Cut Support immer hilfreich, wir haben einige Naja, nicht so viele Magier Da Huh Oh shit Schade... 1-1-7. Das ist ja der Beste. Da hat keiner zur Hilfe gekommen. Mist. Wer hat mir eigentlich? Husker und Pizza. Kann gut sein. Okay. Sie sind auf jeden Fall zurückgegangen. Butch-Doktor kommt noch. Oh. Yes, indeed. No one sees an earthquake coming. Mann, hab ich jetzt eigentlich ja genug. Oh. So steht mal ganz einfach fest, ob der richtige ist. Schade. 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 Ich hab leider meine W nicht eingesetzt. Die müsste eigentlich vom Stun her... Aber naja. Mit einem Stun hätte ich das schon... Das ist ja auch eigentlich wurscht. So. Hmmm... So zwei, oder? Let's see that. Nächste Wave hau ich auch noch. Okay, go, 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 go. Huska, 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 go, go. Ich nehme nochmal an, dass die Rune schon genommen wurde. Alles klar. Wow, der ist stark. Und relativ schnell. Habe ich eben überhaupt nicht. Ja. Ich spiele jetzt mal nicht so auf wie der Obermacker hier. Aha. Schlecht habe ich schon gedacht mit Tower, aber... Nein, ja. Nein, da war es jetzt nicht so. So Ich hab genug Komm schon, lass mich rechtzeitig kommen, dass ich sie stunnen kann Ich hab mal eine an, da kriegt jeder noch Nice done, erschreckend, nein Ist doch wurscht So lange sie sich dann in Ruhe lassen, ist doch alles gut Das krieg ich jetzt natürlich ab Uncool Oh yes Illusion Enemies middle tower demolished Rush towers Highs, connect to my house Fissure Nein, ich glaub jetzt glaub ich irgendwas anderes updaten eigentlich Was ist da? Was lag da? Das war natürlich jetzt einfach Was ist da? Ich bin doch Ich bin doch Ich bin doch Jetzt habe ich natürlich gerade Dicke gefangen. Okay, let's go back to the bottom tower top lane what do you think top lane top lane let's go to the shrine all go to the shrine here mana mana and house thank you Deutsche sehr interessant ich hole mir noch die Rune Für den Fall der Fälle so gut. Ja, Roshan, also nice idea. Bewegungstempo ist auch nicht schlecht. Äh, oh. Scheiße. Hat wohl irgendwen eine verpasst. Alles klar. Alles klar. Das ist echt gut. Ja. Was ist das denn? Da irgendwie wer? Ach Mist, ich misse langsam mal. Ich muss langsam mal ordern, ich hab da halt den ganzen Scheiß noch. Das ist ein Problem. Komm in Phantomland. wow 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 c'est ça alors c'est fou ah ah das ist natürlich jetzt könnte ich mir mal den courier ordern Alter Schwede So ein Scheiß So viel Kram ihr habt Und Oh Gott Gut Ich müsste jetzt schon wieder aufs Klo So ein Scheiß Aber es läuft gerade echt gut Endlich hat sich das ein bisschen aufgeräumt Das ist schön Ja Das ist klar So ein bisschen Nutzlos bin ich gerade schon Brauche ich noch mal irgendwas mit einer dicken Mana Regeneration Top Tower Top Tower Oh ok Ähm Ah komm Scheiße Bin doch schon auf dem Weg Wunderbar Alter das kann ich ja dann Genau Das kann ich ja dann Hier holen Auf dem Weg hier her 9,2 Mana Regeneration Okay Da war eine Mana Ich hab noch nicht genug Mana Um sie anzugreifen Das ist ein bisschen doof Obwohl ich kann hier durchaus Schade Ich nehme mal an Die Rune hat sie geholt Ähm Let's roll Au Husker ist auf dem Weg zu mir Wird mich wohl aber nicht kriegen Gehe ich doch mal von aus Das war das Mana So was wie Lebensraum wäre eigentlich schon ganz nett Oder Geschwindigkeit Irgendwie so was Ähm Ja mach du mal Ich buche Oh nein Okay Noch was Oh ja Alles klar Bin schon da Bin schon da Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Fischer Let's shake things up Uh huh Oh yes Oh yes Ups Marco ist voll einer drauf gesammelt Warte ich noch ein bisschen Oh scheiße 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 Oh Oh Okay abbrechen Ja das geht Warte ich hab nicht gewettet So ein Scheinkleister aber auch So ein Mist So ein Mist Na ja gut dann Auf ein neues einen Sieg brauche ich ja noch Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge Ciao Ciao Ja